Der Landtag ist der Gerger Generalministerin. Herr Professor Hofmann möchte wissen, wer hier die Dötung macht. Sie sind hier für heute? Es ist wirklich faszinierend. Ich habe nicht hier seit 1945. Es ist interessant, dass Sie es wiedersehen. Was sind die Memo oder Emotionen, die zurückkommen? Ich denke, dass ich hier bin. Ich denke, es war der größte Wettbewerb. Es war der einzige Wettbewerb in. Ich war in zehn anderen, bevor ich hier kam. Wir waren alle Freunde, ja, wir waren alle escapers. So we all have the same ideas in our head. Wir haben einen Raum auf der Oberstelle. Wir haben einen Raum auf der Oberstelle. Wir waren zwei Meter. Wir waren zwei Meter. Es war zwei Meter. Es war ein Baum, zwei Meter. Und ein Tag, wir sahen Tanks, und wir wussten nicht, ob sie waren. Wir wussten nicht, ob sie waren Tanks oder amerikanische Tanks. Wir wussten nicht, ob sie waren. Wir wussten, dass sie kamen. Sie kamen. Und ein besonderes und wesentliches Kapitel des Zweiten Weltlings, ein glückliches Ende. und ausserordentlich interessante Geschichte aus. In das Buch seiner Geschichte hat sich insbesondere der Zeitraum des Zweiten Weltlings mit den Lösungen herausgefunden. Was für das hier nicht erwartet, ich finde sie die Oberstelle. Aber es hat hier nicht in den Fall mit den Bühlen, die Bühlen waren. Untertitelung des ZDF, 2020